Hast du gelesen, die Commerzbank hat zwei Jahre in Folge schwarze Zahlen geschrieben und könnte daher bald in den DAX sogar aufsteigen? Ja, das hat sich auch sofort ausgewirkt. Diese Woche ging es fast 10% nach oben. Im Halbjahresvergleich sind sie sogar um fast 60% gestiegen. Wenn die in den DAX aufsteigen, müssen viele Fonds Commerzbank-Aktien kaufen. Das treibt den Kurs. Und wie alle Banken profitiert natürlich auch die Commerzbank von den steigenden Zinsen. Dabei hatten wir uns Mitte letzten Jahres noch Sorgen gemacht wegen einer möglichen Pleitewelle in Deutschland. Nicht zuletzt natürlich wegen der hohen Energiekosten. Als Mittelstandsbank hätte das gerade der Commerzbank ja ganz schwer zugesetzt. Das scheint vorerst abgewendet. Aber zu welchem Preis? Milliarden über Milliarden an Steuergeldern und neue Staatsschulden? Nachhaltig ist das nicht.